ok nice und somit heiße ich euch auch schon wieder herzlich willkommen zu cod black ops 6 story vielen dank dass du eingeschaltet hast wir müssen noch direkt weitermachen wir müssen nämlich noch die blaue und die rote karte holen nachdem wir das gesagt den puppen erledigt haben und dem einen mutanten was da unten war habe ich mich war ich schon so freund hab schon die grüne eingelöst was war das für eine tür ok ich habe keine ahnung wir müssen aber glaube da hoch hier geht es jetzt weiter zur nächsten der beiden karten und wir sind immer noch in der gemeinschaftsprojekte wir sind nicht alleine das habe ich auch schon festgestellt was auch mich immer hier beobachtet ich glaube ich soll dahin und rot ist hier unten aber ich nehme an wir sollen erst dahin bevor wir zu rot gehen wer versucht mich eigentlich immer zu erreichen wer ist das wer bist du und was ja cool was für eine unterstützung und wer bist du kennen wir uns du wirst ein verdammt guter agent für uns sein case 1 wieso kennt er uns ist das unsere innere stimme die mit uns gerade ein bisschen die mit uns spielt ist hollade wald wie ist das unsere innere stimme die mit uns spielt spür ihn auf was soll ich aufspüren was soll ich aufspüren und wer redet damit das ist noch ein bau und da drüben das ist fertig das ist einfach berlin ja wie cool ist das denn oder ist das berlin das ist doch hier die das brandenburger tor naja ok muss ich dahin gehen ich möchte da nicht schön irgendwas ist hier in dieser naja ok leute wir haben ja keine andere wahl ich will nicht was bist du denn wo ist es hin aua aua komme ich irgendwie weg von dem mal ein bisschen abstand und drücken gleich tot das hast du richtig erkannt aber wo ist er jetzt hin guck mal ich gehe doch unter du bleibst da oben ist das klingt doch fair oder jetzt gehe ich ich bin gleich tot und das soll ich noch mal auf ding spielen ja sicher ja sicher werde ich das noch mal ja sicher werde ich das noch mal auf ding spielen er versteckt sich wieder das ist es nicht wo soll er sich denn hier verstecken irgendwo da hinten aber das ist eine sehr sehr krasse mission wenn ihr mich fragt ich finde die mission krass ich laufe ich hier weg ich brauche langsam munition wir haben ihn ich hoffe wir haben ihn wuff boys girls jungs mädchen ja ich brauche munition und das herzschlag was ist das ja du weißt du was ich mich freuen würde ich gehe einfach ist mir egal ich gehe einfach das ist mir zu heftig ist mir alles egal was hier passiert ich bin raus tüdelü tschau wir müssen mich noch dahin was da siehst du das ich wünsche das ist das ist das ist das ist das ist das ist na du munition wäre was schönes die reden wieder mit mir aber ich kann nicht antworten ich glaube ich bin wirklich ein bisschen matsch gerade im kopf anders kann ich mir das gerade nicht erklären wir müssen die letzte schlüsselkarte holen und die ist halt hier das kannst du nicht bringen diese funktion ist so ist das egal wo ich hier lang laufe ich habe ein bisschen angst um ehrlich zu sein schwach die lassen das hier hatte voll strömen ok mein gottnis oh mein gottnis ok das signal soll hier irgendwo sein das hier nein da ok wie ging der aar das war das ja 6692 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 tik Natürlich gehe ich da jetzt ran. Natürlich öffne ich das jetzt. Was erwartet hier von mir eigentlich? 6692. Wir öffnen sie mal. Natürlich. Na, wer bist du denn? Bist du ein Freund der Camellia? Wie komme ich denn da jetzt rein? Und wie? Ich komme ja nicht mehr raus. Wie lasse ich denn das Wasser ab? Also wäre cool, wenn mir das sagt. Oh, ich komme da hoch. Okay, also wir haben ja schon wieder... Was habe ich denn hier? Eine Goblin, ne? Ich behalte das MG. Brauche ein bisschen länger zum Nachlernen, aber das ist egal. Könnte sie auch so machen. Okay, wie kann ich das Wasser ablassen und wo kann ich das Wasser ablassen? Jo, was gibt's denn hier alles? Oh, die Jackal, na? Coole Waffe. Gefällt mir, spiele ich gerne im Multiplayer. Habe ich erst freigeschalten. So aktiv spiele ich es ja nicht. Habe ich gerade erst freigeschalten, aber ich spiele sie super gerne. Und habe sie schon in der Peter super gerne gespielt. Aber das hier... Habe ich irgendwo Licht? Ich habe kein Licht, ne? Wie kann und wo kann ich vor allem das Wasser abschalten? Das da ist nur... Ist das eine Schuldenuhr? Ja. Das scheint eine Schuldenuhr zu sein. Herr Monster, können Sie mir sagen, wo ich das Wasser abschalten kann, damit ich hier die... Und so, ne? Kann ich mal ansetzen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So. Herr Kreatur, können Sie mir bitte sagen, wo ich das Wasser abschalten kann? Das wäre sehr hilfreich. Kann ich... Passieren, wenn ich hier reingehe. Oh, du siehst nicht sehr freundlich aus. Oh, guck mal, da hinten. Oh, da hinten. Wir holen nochmal ganz kurz Luft und... Wir gehen jetzt hier lang. Okay. Ja, wie groß ist denn bitte diese Anlage? Ich meine, wir sollten da hinten noch irgendwas... Anderem her. Und nicht deswegen. Na gut, jetzt sind wir... Voll. Oh. Okay, ich glaube, da kommen noch andere. Wir sparen mal... Munition. Wir sparen doch keine Munition. Geht's da? Komm mal da hinten. Oh, äh, wie war der Pin? 4, 4, 9, 2. Nee, 6, 6, 9, 6. Nee, doch, 6, 6, 9, 2. Okay, doch nicht. 9, 6, 6, 2. Nee, das war ja schon falsch. Das geht ja nicht. Warte mal. Das kann auch... 6, 6 ist gar nicht drin. 9, 2, 3, 3. Okay, 2 ist richtig. Die 9 nicht. Und dann kommt das allerletzte Mal. Machen wir mal von die 3... 2... Kann ja auch nicht sein. Warte mal. 9, 3. Die 3 stimmt gar nicht. Okay, wir haben noch einen Versuch. Cool. Ein Versuch, yay. Äh, 3, 2, 5, 9. Haben wir die 5 schon mal probiert? Nee, ne? Okay, die 5 ist auch falsch. 3, nicht 1. 2. Die 4 da auch. War die 4? 3, 2, 4, 9. Schade. 3... Oh, warte mal. 3, 2, 5, 9. Warte mal, ist das jetzt... Ja, okay, ich kann noch mal. 3, 2, 3 geht auch nicht. 3, 9. Ich versteh's nicht. Oh nee, das war dumm. Das geht ja gar nicht. 9, 3, 2, 2, 9. War das wirklich so rum? Ach so, hier kann ich das Wasser abschalten. Natürlich ist jetzt hier alles voller Nebel. Warum sollte ich auch alles nicht voller Nebel sein? Das ist das Herz, ne? Das macht mich körre. Atlassschalter 1, 2 und 3, Entruf. Überbrückung eingeleitet. Na dann wollen wir mal. Hä, was soll ich jetzt machen? Überbrückung? 25 Sekunden? Ah, ich muss da rüber, ne? So wie's aussieht. Okay, Alter. Junge. Wie so ein Kasper. Schade. Haben's leider nicht geschafft, rechtzeitig. Egal. Dann gehen wir nochmal rüber. Machen das hier. Finde ich nicht gut. Warum? Muss ich erst wieder am Computer ran? Wahrscheinlich muss ich erst wieder am Computer ran, ne? Drei, eins und zwei. Also wir haben drei. Drei, eins. Wo ist denn der Zweite? Ach, da. Okay, jetzt haben wir's geschafft. Kompli. Jetzt wird das Wasser hier abgelassen, nehme ich an. Und wir können jetzt zurück, um ihn zu bekämpfen. Ja. Hä? Und was nu? Ah. Natürlich. Natürlich. Oh, ist das eklig. Okay, wir sind jetzt hier. Daraus kommen wir hier noch nicht. Aber was? Holla, der Waldfee. Wo ist... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach so, ich muss das jetzt triggern. Okay. Gut. Hi, na? Ach so, ich bin ja nicht bei Steam. Ups. Oh, ich soll Kuh drücken. Oh, das war knapp. Okay, ich darf nicht in die Mitte anscheinend. Oh, wait. Ich muss mal ganz kurz nachlaufen, wenn du mir eine Sekunde gibst. Okay, ich mach dir halt einen Naraschan, ne? Ich mach dir halt gar keinen Schan. Jetzt umso mehr. Cool. Dann kommen die nächsten. Das war's mit dir. Wo sind der Kollege da? Ich komme raus. Ich muss mal ganz kurz Waffe wechseln. Oh Gott, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Warum ist das eigentlich eine Einzelschutzwaffe? Das gefällt mir nicht. Ich komme nicht weg. Ich, ich, ah, die Kamera war im Wege. Oh no. Okay, warte mal, bevor ich dann nochmal einen Kampf eingehe. Ich will mal ganz kurz die Waffe wechseln. Ein Sitzschuss gefällt mir nicht. Ja, dann nehme ich lieber die mit. Nimm hier noch ein paar mit. Haben wir jetzt wieder sechs Stück. Und das können wir in den Kampf erneut machen. Okay, komm. Noch einmal. Weil er ist ja so schön. Na du? Was geht? Okay, wir müssen Q drücken und. Aua. Wo bin ich hier? Ach ja, hier. Muss mal ganz kurz nachladen. Gib mir mal eine Sekunde. Okay, ich mache den wirklich nur unten Schaden. Ich muss den hier unten immer wieder reinloggen. Dann kommt die nächste Welle. Den muss ich gerade ein bisschen konzentrieren. Also sorry. Okay. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Du kannst dich hier gar nicht treffen. Was geht denn jetzt an? Oh. Oh no. Baust dich aber ganz schnell. Wo ist er? Da unten. Oh, leider, der Waldfee. Wir sind dort. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Und somit haben wir auch alle Schlüsselkarten. Oh, leider Waldfee. Lass mich hier raus. Oh, Wutz. Wie geht's dir? Oh, leider Waldfee. Oh, Wutz, mein Freund. Wie geht's dir? Lang von dir nix gehört. Alter. Wir müssen da hin. Ich auch gleich. Meinst du? Ich muss da hin. Oh. Gibt's hier? Oh. Die XM4. Nice. Schöne Waffe. Dann fügen wir das mal ein. Die vorletzte. Und die letzte. Na, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wir haben... Natürlich. Muss mal eben nachhören. Sekunde. Wisst ihr was? Ich warte gar nicht mehr so lange. Ich mache einfach. Ich wünsche euch was. Ähm. Kann ich... Wo? Jetzt. Hi, der Witzker. Was war das für eine Mission? Hi, der Witzker. Oh, mein Gott. Das kannst du nicht bringen. Echt? Oh, mein Gott. Oh, Junge. Ein Telefon. Natürlich. Dann gehen wir mal ran. Denk an deine Ausbildung. Case 1. Du darfst nie über das Liedeprogramm sprechen. Oder die Pantheon-Division. Niemals. Die Konsequenzen. Wir kommen. Und zu eins. Was bist du denn? Oh, Beuland. Ich dachte, es ist zu Ende. Ich will heulen. Bitte. Oh, Gott. Ich muss mal... So, hi. Ich habe keinen mehr mit an. Habe ich schon? Ja. Aber so mache ich ihn bestimmt kein Schaden. Ich muss ja wahrscheinlich direkt anschießen, ne? Aber die Mission ist crazy. Ich glaube doch, er bekommt so Schaden. Natürlich muss ich jetzt nachladen in dem Augenblick. Ich habe meine eigene Mission zu erledigen. Sorry. Ich habe hier niemanden hängen lassen. Lüge nicht. Er absorbiert mich. Okay, er heilt sich, nehme ich an. Scheint so. Meine Rhenian scheinen mit mir. Ich habe so viel Schlechtes eingeatmet, I guess. Das weiß ich nicht, du. Das weiß ich nicht, ob ich sterben werde. Ich muss mal ganz kurz nachladen. Sekunde, bitte. Aber hier oben scheint es gerade relativ entspannt zu sein. Der Dün ist halt da hinten, ne? Ich komme gerade nicht an ihn ran. Jo, wartet mal ganz kurz. Oh, shit. Nice. Nice. Er kommt zu sich. Alles wird gut. Was immer das für ein Triff war. Hab gerne verzichtet. Lass dir Zeit. Im Wunder, dass du es hier hoch geschafft hast. Case. Wir haben da was. Sie ist jetzt an. Jemand hat eine große Menge von was immer das hier ist genommen. Letzten Sommer, wie es aussieht. Das Pantheon. Das muss die Wiege sein. Was ist das? An alizinogen? Scheint so. Case, du warst bereit, uns beide in Stücke zu reißen. Aber du wirst noch nie in deinen Augen gesehen. Hoffentlich auch nie wieder. Nichts wie weg von hier. Hey. Seht euch das an. Kein Popcorn. Ich mein's ernst. Meine Aufmerksamkeit hast du. Ist das die Desk? Allerdings. Nein, 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 nein. Wichtig ist das. Ja, genau so. Bereit, Dr. Gusev? Bringt sie rein. Testsubjekt 18 wurde mit der Wiege infiziert. Sie ist jetzt in der Nähe des Kontrollsubjekts. Die Übertragung sollte jeden Moment eintreten. Eine biologische Waffe. Das wussten wir schon. Schaut weiter. Ist der Verlauf jetzt schneller? Schneller, ja. Und noch aggressiver, wie gewünscht. Wunderbar. Ist das nicht deine Freundin? Hallo? Das ist es. Offenbar schon. Scheiße. Da ist aber noch mehr. Sag das halt nicht aus! Oh boy. Oh, Renovierung. Für was ist das? Ähm, ja. Mach ich. Gerne. Okay. Und wo bringen wir das jetzt hin? Ja, was ist das? Ist das eine Leine? Nehme an, der Trip, auf dem du warst, wirkt noch nach. Ein bisschen, ein bisschen. Und du weißt schon. Zu erfahren, dass du ein Missstück zum Freund hast. Immerhin hast du den Hauseinsturz verpasst. Mitten ins Wasser. Was? Ich überlege, ab jetzt draußen zu schlafen. Oh. Hörst einfach hier ab. Ich will Marshall nicht stören. Das ist okay. Was für ein Einsturz. Was ist denn, was ist hier passiert? Ich will mir das angucken. Darf ich? Oh. Ja, okay. Das muss ich mir von der anderen Seite angucken, ne? Das gucke ich mir noch an. Und dann ist die Folge tatsächlich auch schon wieder zu Ende. Ei, der Witzke. Oh, der Waldfee. Das scheint nicht... Ähm, gut. Das übersehen wir mal ganz kurz die Textur. Das scheint nicht gesund zu sein. Und, äh, ja. Da ist auch was rausgebrochen, oder? Ne, das ist so. Okay. Gut. Hi, der Witzke. Ui. Das scheint echt nicht gut zu sein. Naja. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugesehen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen. Wurde mich... Ne, doch, ja. Wünsche ich dir. Ja, genau. Wenn du mal Lust hast, in dem Stream dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung. Da findest du meinen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sieht man sich ja da mal wieder. Würde mich freuen. Heute Abend bin ich live. Und, ja. Und gucken wir mal, was wir machen, ne? Genau. Oh. Krasse Mission. Absolut krass. Naja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.